Hallo und herzlich willkommen auf Susis Cooking Kanal. Bei mir gibt es heute eine Zwiebelkäsesuppe, das Rezept habe ich gefunden in der neuen Rezepte mit Herz und ihr seht hier oben schon meine Markierungen, also da ist wieder sehr viel Schönes drin, was ich unbedingt ausprobieren möchte für die Herbstküche und heute ist es eben die Zwiebelkäsesuppe, die mich anlacht. Eigentlich ist heute kein Suppenwetter, weil es heute richtig schön wird nochmal, aber das tut nichts zur Sache, es muss heute die Zwiebelsuppe sein. Ich lese euch mal vor, was ihr dafür braucht. Ihr braucht 1000 Gramm, also 1 Kilo Gemüsezwiebeln, 50 Gramm Butter, 800 Gramm Wasser, Gemüsebrühpaste, selbstgemachte oder Gemüsebrühpulver, 150 Gramm Gruyere Käse, das ist ein würziger Käse, Grajetzer wird er geschrieben. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen würzigen Käse dafür nehmen. 50 Gramm Kochsahne, ich nehme da normale Sahne, Salz, Pfeffer, Weißweinessig und eventuell Thymian für die Deko. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Meine Zwiebel, das war eine Zwiebel, ich schwöre es euch. Eine Zwiebel von unserem Gemüsebauern, so eine richtige, große, fette Zwiebel, in Stücke geschnitten. Und mit der fangen wir nämlich auch an. Ich schalte jetzt extra nochmal die Waage ein, ob es immer noch so viel ist. Auf jeden Fall kommt die Zwiebel jetzt in unseren Mixtopf. Die Zwiebel hatte sogar noch mehr, 1190 Gramm. Brutal. Da kommt jetzt auch schon die Butter dazu, die 50 Gramm Butter. Die machen wir ein bisschen runter, damit sie uns die Butter nicht so am Mixtopfdeckel heranschmeißt. Und das Ganze zerkleinern wir jetzt 10 Sekunden auf der Stufe 5. Da gehe ich auf alle Fälle oben mit ein bisschen rein. Schauen wir mal, ob das ausreicht bei der Menge an Zwiebeln. Perfekt würde ich sagen, oder? Man glaubt es ja immer nicht, aber... Das sieht sehr gut aus. Die Zwiebel-Buttermischung wird jetzt 10 Minuten bei 100 Grad auf der Stufe 1 angedünstet. Die Abkühlsekunden sind gleich vorbei. Ich liebe ja den Geruch von Zwiebeln. Aber wer den nicht so mag, der sollte lieber das Fenster schön weit aufmachen. Dazu kommen jetzt 800 Gramm Wasser. Und ein guter Esslöffel Gemüsebrühe, selbstgemacht oder Gemüsebrühpulver. Also von meiner selbstgemachten nehme ich da schon so, weil die ist immer nicht so stark und so sehr gewürzt. Ich denke, da müssen wir eh noch nachwürzen. Aber das kann man ja. Und so wird das Ganze jetzt eine halbe Stunde bei 100 Grad auf der Stufe 1 gekocht. Unsere 30-minütige Kochzeit ist vorbei. Ich freue mich schon. Und jetzt geben wir 50 Gramm. Im Rezept angegeben ist Kochsahne. Ich nehme aber normale Sahne. Und auch nicht 50, sondern 64. Und auch 120 Gramm von unserem Käse. Und jetzt werden wir die Suppe 20 Sekunden auf der Stufe 10 richtig schön sämig pürieren. Langsam hochschalten und auf Stufe 10 pürieren. Und dann schauen wir uns mal, ob sie schön cremig und sämig geworden ist. Also der Pott ist wirklich voll bis zur 2 Liter Markierung. Und die duftet, kann ich euch sagen. Ich habe ja jetzt noch kein Salz drin. Ich werde es jetzt mal probieren. Ich püriere vielleicht noch mal etwas nach. Die könnte für meinen Geschmack jetzt noch ein bisschen sämiger sein. Aber jetzt probiere ich es erst einmal. Weil es ist ja jetzt großartig Salz und Pfeffer, ist ja noch nichts dran. Außer die Gemüsebrühpaste. Aber geschmacklich wirklich sehr gut. Ich gebe jetzt noch Salz auf jeden Fall dazu. Ich denke, das war schon so ein Teelöffel. So wie auch noch schön Pfeffer. Einen Schuss Essig. Und ich püriere mir das Ganze nochmal 20 Sekunden auf der Stufe 10 schön durch. Und jetzt sollte sie perfekt sein. Oh, ich freue mich so drauf. Ja, jetzt gefällt mir das ja besser. Also das macht ihr einfach nach euren Vorlieben, nach eurem Geschmack. Ich mag es dann schon, wenn die Suppe schön fein ist. Und ich probiere jetzt auch nochmal, ob es gereicht hat. Sehr gut. Sehr, sehr gute Suppe. Die wird jetzt dann angerichtet im Teller. Dann habe ich noch ein Stück von dem Käse zurückbehalten. Der wird dann drauf gerieben und wenn ihr möchtet mit Thymion ein bisschen drüber gestreut. Und dann lassen wir uns die leckere Zwiebelkäsesuppe schmecken. Vielen Dank an das Team von Rezepte mit Herz für die schöne Idee, für die leckere Idee. Ich sage ja, ihr seht die Markierungen. Da wird noch viel rausgetestet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und sage Servus und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.